ja aber willkommen zurück wie immer ihr habt ihr gesehen dass wir beide einen Kampf mit den Creepern hatten und naja ich hier weiter schiebt mit meinen und eine Höhle gefunden habe und der kleine Creeper nicht so gut aus als die Creeper haben gewonnen ja es ist zwar keiner von uns gestorben aber wir haben eine kleine Verwüstung unterlassen ein kleines untertrieben ja kurz und ich habe ein Muffin Muffins sind episch hätte ich jetzt drei Dias könnte ich direkt nur Opsi abbauen wenn ich das mit Facecam machen würde würde ich direkt diesen Muffin in die Facecam halten und sagen das habt ihr nicht oh Muffins Facecam Facecam sofort ich habe keine ich weiß nicht wie man das macht hierbei das muss ich mir mal durchgucken aber ich habe mir von Featibus Light den Soundcraft Mod hab ich mir mal angeguckt der ist übelst geil also richtig ich weiß nicht kurz nicht wow ich mach mal den Farmer hier brauch ich mein Haussinn genau hier kommt mein Haussinn so Tarnen Tarnen das weg das weg das weg oh das hier kann ja fast alles weg so mit Chasern kann man das ziemlich schlecht unterscheiden ob das Weizen fertig ist oder nicht Glätt Lava Scheiße so ah das ist scheiße ich so warte mal was sind deine Tears ne ich nur jetzt so ich müsste mir grad mal ein Schwerholz so oh äh ja kannst du mir eine Schere geben nein die hast du mich selber angezündet was soll die Scheiße Schere du musst wieder kommen wo du sagst bin ich nicht wenn schon doch bist du ich bin nicht ich guck ich kann dich nicht schlagen ja und alter jetzt ist er wieder so das hat bestimmt mal geweckt das Server er hat extra vorher nachgeguckt ob ich im God Mode bin oder nicht ja ja so ich mach das jetzt einfach hier so und dann mache ich das so dann werde ich gucken ob wir irgendwo die hast sehen ich bin nein nicht irgendwie diamantensüchtig oder so alter hör auf du hast es verdient ja aber nicht zu sterben ich möchte nur meine Schere ach so eine Schere hab ich ja danke schön hast du auch noch ein Eisen dann dann nein Mist darf ich die Schafe zu mir nehmen oder willst du die beiden ähm ich würde sie behalten das sind ja meine kleinen Schäfchen aha nein warte hier hast du die Wolle ich glaube sie wo ist das andere hin Alter das andere ist wieder zurück nach vorne gelaufen ja zu mir hihihi nein auf die andere Richtung so ich muss jetzt noch ein bisschen Holz fahren dann kann ich auch anfangen mein eigenes mein Eigenheim zu bauen mhm ein schönes Eigenheim ja und es wird richtig awesome Schäfchen ok ich hab hier ähm braucht jemand von euch Eichenholz zum bauen nochmal die Frage kannst mir gerne welches geben aber brauchen tue ich es nicht naja in der Kiste sind ungefähr 45 Stück ich hab gleich zwei Schafe kann ich vermehren PS Daniel du wolltest einen Bogen PS das sind meine Schafe äh die zwei da sind nicht deine ja aber mir fehlen zwei egal die hast du einen Bogen ja also gib mir ein Bogen ins Gesicht da liegt er beim Schaf aber ich hab keine Pfeile zeig mal funktioniert ja ja relativ gut äh ja meiner funktioniert auch noch aber lass meine Schäfchen in Ruhe weißt du schlägt das erstmal meine Schäfchen lass ich gerne in Ruhe ach hier ist der Lavasee nein ich eh ich wollte dich grad üben weiß ich irgendwie auch gerade geh weg von meinen Schafen das wär mega miet das war schon klar haha haha und wem muss man sein jonge hör auf jonge ich töte das Schaf wenn du nicht aufhörst von mir aus ok ich kann selber neue Schafe suchen das ist dein Problem du willst mit Wolle bumm ok du hast recht ich hör lieber mal auf so alter nimm ich das so hast du mich jetzt eigentlich genug getrollt oder dann muss ich mich wieder in Godmode machen ähm dreimal bist du noch getrollt aber das kommt später erst oh manu und dann aber ich war halt diesmal wirklich nicht in Godmode das war einteilig entdeckt vom Server also wenn du das schon so sagst dann warst du hundertprozentig in Godmode nein weiß nicht nein ich hab doch geguckt echt mal jetzt ne echt mal echt mal okay dann war er nicht in Godmode dann hat's irgendwie geliebt sich gerade ein Creeper freudig aber die Strafe würde ich später treffen dann wenn du sie nicht erwartest dann muss ich halt auch haften Gottmode sein ja dann ist doch mal die Pussy schlechthin okay das stimmt auch so ein neues Schaf ah scheiße ich hab ja ne cool in meinem Haus ein kleines Schaf ich wusste hier irgendwas vielleicht ein Tier oder eine das war gerade irgendwie ein bisschen dumm ich dachte ich kann jetzt meine zwei Schafe vermehren dabei hab ich ne cooles Schaf ja was da wohl rauskommen würde ein Ilse ein Schaf ja 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 hallo wusstest du das noch nicht echt mal nein Städte rum Kuh und Schaf kommt irgendein Krüppelwesen raus da kommt gar nichts raus ein eine Kuh mit Wolle vielleicht ich fand ich möchte was passiert wenn zum Beispiel ein Hund das mit einer Katze treibt was kommt da raus? nichts es ist nicht möglich klar klar wir können ja auch Löw und Tiger können sie miteinander treiben ja aber da kommt ja nichts raus doch kommt das nein was denn dann die Vene wie ein Löwe und das Fell wie ein Tiger geht's wirklich und was sind äh Maultiere das ist ja auch die Käutung aus Pferd und Esel ja gut naja wie soll es da nicht auch ne Mischung aus Hund und Katze geben die heißt dann Katze 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 heißen die dann Katze Katze ja jetzt hab ich Schafel zuhause Katze halt euch hey ich spreche dir den Sack und Husten mal nicht gemacht haben okay so unsozial kann man nicht sein wahrscheinlich doch kann man ja das geht schon wenn man MC Power NP heißt der hat ja nen Vogel bei sich ja ich hab nen Vogel was der geht ach ja dein männlicher Vogel nein ähm ist gut ist lösen lösen willst du erzählen wie es dazu gekommen ist dass er jetzt nein das ist wohl das liebste immer das ist eine Wilma also also es war so er hat sich einen Vogel geholt also ein wenn sie sich ist oder ja wenn sie sich ist ja wenn sie sich ist und halt der Züchter hat gesagt es wäre ein Männchen hatte gedacht es ist ein hat dann natürlich gedacht es ist ein Männchen nenne ich ihn Willi dann 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 merkt er nach ner Zeit oh der Züchter hat sich verzahnt das ist doch kein Männchen sondern ein Weibchen und jetzt heißt sie Wilma ja äh Wilma ich bin der Name die es gibt auch mal ich kann keine Pfeile mehr echt ich hoffe nur den Pfeil zu holen also ich bin zu schlecht schon vorbereitet in your face in your face in your face in your Rüstung nein in die in also ich einfach mal gar keine Tiers finde nein ich habe keine Pfeile mehr Schatz ich habe kein Schwert mehr ich muss weg ich habe kein Schwert mehr ich bleib stehen ok ja das war so unwahrscheinlich dass ich mich damit treffe je nach muss man ein paar Skelette jagen ich habe kein Schwert mehr ich habe kein Schwert mehr was soll ich das Skelette jagen ich bin nicht ich glaub ziemlich alles was warum seid ihr so ruhig das macht mir eins nein ich kämpfe nur da und und ich versuche grad bei Lava nicht zu sterben ja wir sind alle etwas ich dachte jetzt kommt ich versuche grad bei Lava zu sterben ja ich versuche grad bei Lava zu sterben weil das ja auch nicht viel zu einfach ist so jetzt habe ich wieder ein Pfeil oh ich glaub ich hab ne Schlucht gefunden Schluss genießen werde ne doch ich hab ne Schlucht gefunden yeah Schlucht gefunden nicht mehr so go nicht ähm was haltet ihr davon wenn wir hierzu auch Leute einladen wie zu Techit ja aber der Server hat nur 3 Sluts du kannst äh weiter das ist dein Armatio Server du hast die volle Kontrolle aber ich kann das nicht ja du gehst einfach in die Serverproperties und magst Players schrägst du ein ja ja das hätte ich sogar auch gecount also aber es funktioniert nicht das ist das so viel ok wenn wir lag gerade irgendwie kannst du ok gehts wieder schade ich hab kein Pfeil mehr hast du mal schnell ein Steinschwert für mich oder ein Holzschwert oder irgendwo ja warte ich mach dir ein Feuerzeug damit kannst du umkämpfen ja weil ich gegen Creepers ist eher schlecht siehst du mit dem Feuerzeug kann man gut kämpfen nein halt stopp da war halt ich hab mich gerade extrem gefällt ich mache den Holzschwert oder gleich 2 ein Steinschwert wäre schon jetzt ein er aber das ist ein Dankeschön Puh ich hatte noch ein und ein halbes Herz nur wegen deinem scheiß Feuerzeug seid leider geil dumm 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 nein doch ich muss leider gestehen keine Werbung bloß keine Werbung GEMA Junge GEMA 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 gehörte in die Toilette ähm jetzt kommt die GEMA zu dir ja äh ist aber so GEMA äh wie ich aber nur Lapis finde ja in Techit in Techit ist Lapis so extremst extremst selten oh ja aber dafür sind Diamanten recht häufig aber ich glaube die haben Lapis oder ja Diamanten sind recht häufig aber ich glaube wir haben auch schon Lapis ja wir haben alles außer Zinn die haben auch gerade Pfeile oder ja Zinn ist mit knapp aber für jeden scheiß Zinn braucht nein 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 ui pfff ich glaube von jemandem wurde gerade das Haus abgebaut so ein bisschen von? ich weiß nicht wem das gehört aber hehehe war das nur so ne Mauerfassade wie auch immer? ja da fehlt hier jetzt so ein Stück von dem Holzbalken aber das ist ein Enderman das ist ein Enderman Enderman you will die mit Steinschmerzen ist das natürlich egal loll warte warte ich glaube ich bin der Kopf jetzt von den und haupt mich ihm zu unter das ist aber Agro auf mich ich habe jetzt auch noch einen Hit mitgegeben wo ist der ich höre die ganze Zeit nur diese komische Topie nein nein ich bin tot krass nein nein ich bin tot krass nein nein ich bin tot krass nein ich bin tot der hat so ein epic battle mit dem vor allem der sucht sich immer wieder zurück du hast dann fast Skelette töten die Zielfunktion regt auf ja da vorne sind es zwei oder waren es zwei jetzt kriegst du jetzt kriegst du auf Fresse Enderman Fresse eh obwohl ich muss eigentlich mehr Creeper töten das bringt mir mehr du will die Fresse eh ja ok hab ich ah im Wasser hochgegangen schön mein Skelett mein Skelett ist mein Skelett mein xp hab ich meine Pfeile gedroppt Creeper ah Creeper ich habe Angst vor Creepern hier ich hab dir vorstellt ich werde sterben jetzt bin ich wieder quitt mit dir ich glaub auch oh ja Nein nicht nicht in die Lava treiben scheiße ich bin ja generell gegen Abtreiben nein ich bin ja generell gegen Abtreiben 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 da ist jetzt in der Karotte geblumt der Zombie ja was bringt der das so jetzt probiere ich das Ganze noch einfach eh Handpflanzen Nein Nein, anpflanzen, nicht anpflanzen. Die brauchen wir aber auch noch. Hast du mich etwa nicht verstanden? Ich hab gesagt, wir brauchen noch anpflanzen. Ich hab gedacht, obwohl du anpflanzen gesagt hast, hab ich anpflanzen. Anpflanzen, yeah. Oh Leute, das hat mich auch scheiße. Ich flieg erst mal wieder die Löcher zu, mal wieder. Ja, mach das. So, NGC Lava 2. NGC Lava 2. Nein, scheiß Lava LP. Alter, der Creeper war hier echt ziemlich destruktiv. Destruktiv? Ah, Spiele, du brennst. Wie viel Schwarzpulver hab ich? Ah, das reicht. Mein Schwarzpulver reicht gerade so für eine Nuke. Ja, da können wir keine Nuke. Scheiße, Zeit gedeckt eigentlich, ich konnte ja wirklich nichts dafür tun. Aber das Haus ist jetzt ein bisschen schöner geworden. Ja, besser als vorher. Timer! Ach, wir können ja nicht pennen, stimmt. Ja. Timer! Ja, wieder ein... Timer! Ach so, ja. Ach so. Nächste Folge, bis zum nächsten Mal. Tschau!